So Leute, ich bin's mal wieder, er flasst wie, zurück bei dieser E-Mail-Biss-In. Im letzten Part wurde ich ziemlich heftig gechockt, äh, gezenter schockt, geschockt. Und mal schauen, wie es in diesem Part weitergeht. Der Zaun dröhnt mir auf die Ohren. Mhhh. Ich wusste es. Die nette Spinnen-Lady war ja auch im letzten Part schon ziemlich aktuell. Und jetzt kommt sie mal wieder. Oh Gott, ich hasse das Vibe. Alter. Alter, das ist doch nicht ihr Ernst, oder? Okay, ich muss sie mit Feuer also besiegen, aber wie? Feuer? Ich leg mal ein bisschen feufeu. Warum auch nicht? Vielleicht muss ich alle Leichen mit Feuer vertreiben. Oder so ähnlich, ich weiß ja nicht. Oder, ah, genau, oder ich vertreib sie selber mit Feuer. Weiß ja nicht, ob das klappt. Keine Ahnung. Mal schauen. Auf jeden Fall dröhnt mir das Zaun ganz schön auf die Ohren. Ich hätte ein bisschen leiser ausschalten sollen. Ah, shit. Okay, ich habe keinen Vollfall mehr. Aber jetzt habe ich wieder Vollfall. Wo ist denn das Vibe? Geh weg. Achso. Scheiße. Okay, ich bin tot. Tschüss. Klatsch, klatsch, klatsch. Tolles Vibe. Das ist meine Frau, die weiß, was sie will. Also, ja, doch. Nettes Mädchen. Alter. Dieses. Also doch, die Schwimmfrau schockt mich ein bisschen. So, jetzt kommt gleich wieder das. Genau. Na, naja. Ist okay, dass die Tür weg ist. Ich werde jetzt einfach mal mir direkt die Facke schnappen. Vorsichtshalber mal den hier schon anzünden. Kann nie schaden. Jetzt einfach mal. Eben stand da nämlich irgendwas, was ich machen konnte. Aber irgendwie. Ah, okay. Okay, okay. Ich sehe es. Ich sehe schon, was ich machen darf. Okay, ich muss jetzt also mehrere von diesen Fackeln suchen. Oder so ähnlich. Ja, ich schätze, das ergibt Sinn. Und sie dann da mit anstecken. Hall. Ich habe nicht mal auf sie eingetreten. Ich wollte sie mit der scheiß Fackel schlagen. Ist sie blöd, oder was? Sorry, dass ich das so frage. Aber wenn sie nicht möchte. Wenn sie nicht angesteckt werden möchte. Dann muss ich ja sagen. Ich nehme meinen Zeiger hier aus dem Bild. Den Mauszeiger. Aber dem werdet ihr eh nicht sehen. Wahrscheinlich eine Aufnahme. Wenn ich daran denke, den zu retuschieren. Müsste ich eigentlich dran denken können. Na gern. Geh zu. Genau. Fein. Fein hast du das gemacht. Ich könnte aber natürlich auch gucken, ob ich da durch diese enge Luke kann, die ich gerade vor kurzem gesehen habe. So, direkt mal anstecken. Das Mädel hier. Das Nette. So, renn da bitte noch rein. In deinem Feuermännchen. Okay. Das bringt nicht allzu viel. Vielleicht. Kann ich hier. Kann ich abhauen? Ja, ich kann abhauen. Okay. Ich hoffe nur, dass sie jetzt oben nicht rauskommt irgendwie. Oh. Warte mal hinterher. Alter. Was? Boah. Was ein bitchiges Vieh. Alter. Das Vieh ist so asozial. Alter, die kommt mir auch gleich wieder. Ja. Ja, ist klar. Ja, tschüss. Aber ich weiß, glaube ich, wie ich sie besiegen muss. Okay. Das ist also unser nächster Endboss, würde ich mal sagen, nach dem Dicken. Aber ich weiß, wie ich sie besiegen muss. Das ist schon mal viel wert. Alter. Das Vieh, ne? Geht gar nicht. Ist ja ekelhaft. Okay, ich nehme jetzt nämlich direkt mal zu Anfang. Ähm, nehme ich mir so eine Fackel mit. Steck sie an. Lauf dort rüber, wo das ist. Vielleicht nehme ich mir auch noch eine zweite Fackel. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das was bringt. Ich glaube, sie kommt ja immer aus den Leichen raus. Von daher sollte ich auch mal ein paar der Leichen anstecken. Hat sie nicht so viele Chancen hier. Hier, ähm, raus zu entkommen. Beziehungsweise, hab ich es ein bisschen leichter, glaube ich. Kommt, kann sie nämlich nicht mehr aus jeder Leiche kommen. Sie kommt wahrscheinlich gleich aus der einen Leiche da. Oder kommt oben raus. Oder was auch immer. Wie ich das Vieh jetzt kenne. Ach, come on. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein blödes Vieh, Alter. Wie asozial ist die Bitch denn? Das ist echt ne Bitch. Also, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber ich finde, das ist ne Bitch. Ne, jetzt mal ernsthaft. Was ist das für ein scheiß Wesen? Das ist doch kein Wesen mehr. Das ist ne Plage. Das ist ne Pest. Das ist die Ausgeburt der Hölle. Das ist Gottes Werk. Das ist, äh, nicht Gottes Werk, sondern das Teufels Werk. Das ist ein hässliches Etwas. Das ist, keine Ahnung, wie ich's bezeichnen soll. Ich hab so ein bisschen die Panik, das, äh, die Befürchtung, dass sie mir hier gleich entgegenkommt. Aber okay, sie kam's nicht. Das ist schon mal viel wert. Für meine Verhältnisse. Weiß nicht, vielleicht sollte ich da mal runter. Ist immer praktisch irgendwo runterzugehen. Kann das Wesen mal kommen? Weiß nicht, wo sie ist, aber ich sollte abhauen. Okay, okay, ich hab's. Sie brennen gerade, ich hör's. Sie schreien. Okay, das ist schon mal sehr viel wert, dass ich sie schreien höre. Okay, also das Viech kann mich mit einem Schlag töten, das muss ich mir merken. Ich muss hier dafür auch nicht zu viel rumtrödeln irgendwo an irgendwelchen Orten. Sondern man muss immer relativ schnell reagieren und hochrennen und runterrennen und was auch immer. Hi. Wie geht's dir? Gut. Freut mich. Nee, nicht so. Ja, komm. Ja, komm. Doch, sie ist drin. Okay. Ich hab mich gerade gefragt, ob sie drin ist oder nicht, aber sie ist drin. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal mir viel wert, dass sie drin ist in der Scheiße. Also in dem Feuer. Weil immer wenn sie in dem Feuer ist, kann ich sie gut angreifen. Ich weiß nicht, wo das Vibe ist, aber ich mach's mal vorsichtshalber. Alter, wo ist die denn jetzt? Da ist sie. Hi. Tschüss. Danke. Tot. Bitch. Boah, das ist echt ein scheiß Viech. Naja, das geht gar nicht. Alter. Ich komm hier langsam ins Schwitzen. Und diese Musik macht's nicht besser. Halleluja. Äh, ich komm hier echt ins Schwitzen. Das ist ja nicht mehr ertragbar. Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Aber okay. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss sie einfach nur verbrennen mehrfach. Also mehrfach anzünden. Mehrfach ihre... Äh... Ja, sie muss halt mehrfach brennen. Das kriegen wir hin. So, einmal brennt sie jetzt schon. Das ist schon mal sehr gut für mich. Jetzt muss sie hier runterkommen, bitte. Was sie auch tut, glaube ich. Ja. So, kann ich sie halt mehrfach verbrennen hier, oder? Doch, das geht, das geht. Ah, gut. Okay, aber nicht so oft. Okay. Das ist scheiße. Schade. Ich dachte, ich kann sie jetzt da mehr oder weniger festhalten, dass ich sie da jetzt dauerhaft verbrennen kann, aber... Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck, 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 fuck. Hau ab, Castellanos, hau ab. Hau doch ab, Castellanos, du Idiot. Komm. Okay, das brauche ich jetzt nicht probieren. Sie ist zu nah an mir dran. Das habe ich schon gesehen. So, brenne. Brenne. Brenne, du Bitch. Brenne, du elendige Hexe. Du Ausgeburt des Todes. Der Toten, der Ekelhaften, der Widerlichen, der verfickten Scheißviecher. Ja, das bist du für mich. Genau das. Und nichts weiter. Okay, brenne, brenne, du Bitch. Brenne, du Bitch. Brenne um dein Leben, du Bitch. Du hässliche, dreckige Bitch. Entschuldigung, das ist für die ganzen Kraftausdrücke, aber... Dieses Wesen verdient von mir keinerlei anderer Bezeichnung. Als irgendwelche Beleidigungen. Diese ekelhafte Bitch. Und warum reut Castellanos sich eigentlich immer so hässlich ab? Gibt es da für eine Erklärung? Und wo ist die Bitch jetzt? Wo ist die denn? Nicht, dass sie mir gleich entgegenkommt von der Seite her. Sie ist tot. Oh Gott, sie ist tot. Sie ist tot, sie ist tot, sie ist tot. Oh Gott. Wow. Alter. Gibt es für die noch irgendwie Gehirngrütze? Ja, gibt es. Okay. Dankeschön. Die Gehirngrütze nehme ich mir von ihr natürlich auch mit. Also das sollte schon drin sein. Oh Gott. Ich schwitze. Ich schwitze dermaßen. Das ist nicht feierlich. Aber ich glaube, damit ist auch unsere Spinnenfrau endgültig tot. Oh, zum Glück. Alter. Das war ein Kampf. Ein Krampf war das. Das war kein Kampf. Das war ein Krampf. Kann ich bitte speichern bald? Bitte. Muss mich bitte bald speichern. Oder raus hier. Oder keine Ahnung was. Oder ins nächste Kapitel. Kontrollpunkt. Wuhu. Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Sinästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. kompatibel. Was? Wo bin ich denn jetzt? Was im Teufels Namen? Was? Och nö. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Och leck mich am Arsch. Ich dachte ich hätte jetzt eine Pause. Nein. Die hätte ich mir ja auch nicht verdient. Ach kommt. Und jetzt werden die auch nicht sterben oder was? Das ist so klar. Das ist so klar. Dass sowas kommen musste. Und raus kann ich hier erst recht nicht. Das war auch klar. Schrot. 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 Schrot habe ich nicht. Gut. Der ist schon mal tot. Der scheinbar auch fast. Öh. Was? Was habe ich denn da gerade gemacht? Hä? Was? Okay. Ich habe zwar keinerlei Ahnung, was ich gerade mit dem einen gemacht habe. Aber. Ich mache das einfach mal bei den anderen auch. Weil irgendwas bringt es ja. Ich habe zwar noch keinerlei Ahnung, was es ist. Aber ich glaube, die können sich nicht mehr als so einen bestimmten Umkreis bewegen. So wie es mir scheint. Wo ist der letzte? Da hinten ist die letzte Sau von denen. Okay. Trifft den Kopf ein paar Mal. Ey, nein. Nein, Kumpel. Scheiße. Komm, hau ab. Komm, verpiss dich jetzt einfach. So, ich schieße dir einmal in den Nacken. Das kannst du gar nicht mehr überleben. Also stirb jetzt bitte. Danke. Und dann reißen wir dir auch noch dein Genick raus. Oder was auch immer das sein mag. Und dann confused mich alles wieder. Kapitel 5 überlebt. Spiel speichern. Ja, bitte. Ja. Mann, ne. Okay. Ich würde sagen, wir haben eine echte Part an dieser Stelle. Ich hoffe, der Part euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es Strange weitergeht. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Tschüssi, Kassi. Ich gehe mich jetzt einweisen. Euer Flastivie. Bye, bye.